So, weiter geht's. Ich höre Geräusche, aber ich weiß jetzt nicht, ob er noch hier ist. Heile die Kranken. Warte. Oh, da ist er. Hä? Der geht einfach durch die Tür. Die Tür ist zu. Da ist er gerade langgegangen. Ich höre ihn brüllen. Ein bisschen Batterie sparen gerade. Ich glaube, wir haben nur noch diese eine. Da ist er. Jetzt hat er die Tür richtig zugemacht. Oh, hör auf zu zoomen. Oh, ich hasse das Zoom. Hey, wie sollen wir da langkommen? Und wie viele sind das? Er durchsucht davor eine Sache. Boah, das macht mich so kirre. So, jetzt geht er wieder. Oh, wo ist die Nische? Oh, der kann mich da rausziehen. Run, 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 run. Sei keine Sackgasse. Bitte sei keine Sackgasse. Ich bin jetzt einfach durchgerannt. Ich bin jetzt einfach durchgerannt. Es war mir so gerade egal. Oh, und hier ist eine Sackgasse. Kann das sein? Hier war jetzt nur der scheiß Verband. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier sicher sind. Ich hoffe es einfach mal. Und ich würde jetzt mal ganz kurz gucken. Oh, wir haben sogar noch drei Batterien. Oh, dann ist ja gut. Aber wir haben nur noch ein Verband. Können wir mal ganz kurz... Vielleicht müssen wir gleich rennen. Ich will nicht hier auf Risiko gehen. Ich hoffe, wir starten hier wieder. Äh. Oh, wir können das davor machen. Warte mal. Ja, ich dachte, da wäre vielleicht... Ein Loch, wo wir durch können. Aber da ist gar nichts. Okay, wir sind hier also doch falsch. Einfach riskieren. Was kann schlimmstenfalls schon passieren? So, ich glaube, wir müssen da lang, oder? Da ist... Kommen wir da hin? Äh... Ich habe eine Vermutung. Ah, Mist. Ah, jetzt kommt schon. So. Klar, er kann sich da nicht durchzwängen. Oh, wir haben das geschafft. Ich will nicht mehr rennen. Ich habe echt keine Lust mehr zu rennen. Ähm. Hallo? Ich bin jetzt einfach... Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es hört sich falsch an. Ich habe Angst, dass hier gleich alles einbricht. Äh. Es sieht auch danach aus, als würde es gleich alles einbrechen. Oh, Verband. Schöner, schöner Verband. So, das haben wir geschafft. Wenn das hier richtig ist. Wir dürfen nicht so viele Batterien verwenden. Auch wenn wir noch zwei jetzt haben. Ach, nein. Jetzt kommt der wieder. Es wird lauter. Oh, die mögen sich. Ich weiß nicht, ob ich die Tür auflassen oder zumachen sollte. Oh, hier sind schon wieder überall diese ekelhaften Geräusche. Lynn, wo bist du? Okay, ich kann leider nicht um diesen Felsen hier rumgucken. Müssen wir da runter? Ich weiß nicht. Sieht falsch aus. Was? Oh. What have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Burn, burn. I welcome her infant Lord. Naked. Hiding nothing. I lean down on this mouse. Oh God. You crazy motherfucker. I show me true face. Show me, show me your true face. Oh! Oh! Alter! Nein! Hä? Lauf doch! Oh mein Gott! Kann es sein, dass wir wieder am Anfang sind? Das sieht stark nach dem Anfang aus. Oh mein Gott! 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 vorher Licht. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder da gewesen, wo wir am Anfang waren, aber ich weiß jetzt nicht, wo lang. Ähm, ich überlege gerade, sollen wir nochmal dahin, wo wir eben waren? Aber da war doch nichts. Also wo, 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 wo wir, ist das eigentlich eine Frau oder ein Mann? Tut mir leid, dass ich das jetzt mal fragen muss. Ich weiß absolut nicht, was ich machen soll. Ich kann hier nichts machen. Ich bin einfach aus Reflex irgendwo hingerannt. Es ist zwar immer noch derselbe Ort, aber es hat sich so einiges verändert. Hier Wasser, da hier und da was eingestürzt. Ich glaube, wir sollen uns sogar im Wasser verstecken, weil hier ist diese Person, die uns nicht in Ruhe lassen will. Alles klar. Seht doch noch genau da lang, wo wir sind. Aua, das tut weh. Oh, na toll, Sackgasse. Ich weiß nicht, was das gebracht hat. Ähm, ja. Wir haben irgendwas deaktiviert. Ach, ich will nicht mehr. Okay, wir müssen aber hier hin. Und hier müssen wir irgendwas anscheinend deaktivieren. Wahrscheinlich das dort, damit wir da lang kommen. Ja, okay. Äh, ich weiß nur nicht mehr genau, wo wir das gefunden haben. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt durch Zufall hingekommen. Das Problem ist auch, wenn ich mich ducke im Wasser, sehe ich gar nichts. Wir warten mal, bis sie wieder hier hinkommt. Ich glaube, es ist eine Sie. Sie hat ja eine Fackel. Wir sehen das ja am Licht, wenn sie hier herkommt. Kommt sie auch mal wieder hierher? Ja. Oder sollen wir es einfach riskieren? Bis jetzt sind wir mit immer durchlaufen ganz gut vorangekommen. Einfach warten. Warten. Okay. Äh. Oh, da kommt sie. Ähm. Anscheinend muss ich zwei Schalter finden. Ich muss also zwei Schalter finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der andere ist. Der ist wahrscheinlich... In die Kamera wieder raus, mein Freund. Ich kann mir gut vorstellen, wo der andere ist. Äh. Nämlich da durch diesen Durchgang, wo sie am Anfang durchgekommen ist. Da möchte ich aber ehrlich gesagt nicht langen. Weil da... Ich weiß nicht, was uns da hinten erwartet. So. Einmal hier warten. Fuck. What? Ich hoffe, sie hört das nicht. Jetzt müssen wir diesen kack anderen Schalter finden. Bei dem weiß ich... Oh. Ich mach das, damit ich, äh, ihre Fackel sehen kann. Ich hoffe, zwei, äh, reichen. Ich hoffe, zwei sind genug. Nein! Oh, das ist der falsche Weg. Oh, nein. Jetzt, wo diese Blitzteile aus sind, weiß ich nicht mehr, wo die sind. Oh. Da sind mir irgendwie gerade die Kopfhörerflöten gegangen. Ich hab ja gesagt, ich hör die ganze Zeit so Tonschwierigkeiten und jetzt sind sie weg. Sekunde, bin gleich wieder da. Warte, gehen sie jetzt wieder? Ich glaube, meine Kopfhörer gehen gerade kaputt. Ich, ich versuch's mal. Wenn sie nochmal ausgehen, muss ich eben ganz kurz stoppen. Weil wenn die ausgehen, dann läuft der Ton über den Fernseher. Und das ist dann ziemlich laut. Gut. So. Wir sind durch. Er speichert. Oh, er speichert. Ich liebe es, wenn er speichert. Nimm die Kamera raus. Nein, mach, mach das aus. Bist du mir hier lang? Ich, ich weiß nicht, wo lang. Aber hier ist der Fahrstuhl. Oder ein Fahrstuhl. Ist das der Fahrstuhl, mit dem wir runtergekommen sind? Ich weiß es nicht. Ist Ewigkeiten her. Ich weiß nicht, ob wir das Ding vor- oder zurückschieben müssen. Was hast du zu ihr gemacht? Äh. Aua. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, ob ich Verband nehmen kann, weil ich ja die ganze Zeit rot ziehe. So, wir nehmen nochmal Anlauf. Ich glaube, wir müssen das Brett da vorne kaputt machen. Okay. Ich verhoffe, das reicht. Es reicht nicht mal annähernd. Nochmal. Es quietscht so schön. Das müsste jetzt aber reichen, oder? Boah, ist das ein ekelhaftes Geräusch. Hä? Achso, nee. Hier waren wir nicht. Okay, da ist Sackgasse. Hier ist Licht. Licht ist was Schönes. Ist hier hinten was? Nein. Er wollte die Leiter wieder mal nicht greifen. Und ich habe da unten wieder einmal Geräusche gehört. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ähm. Ach, jetzt hat er die Leiter genommen. Irgendwie starten wir jetzt hier unten. Aus mir unbegreiflichen Gründen sind wir jetzt hier. Gott will dich nicht lieben. Nicht wie ich. Oh, hört sich das so an, als würde sie direkt neben mir stehen. Ich hasse dieses Spiel. Nein. Ich kann mich nicht schneller bewegen. Nein. Und sie ist direkt hinter mir. Ich sehe ihr Licht. Oh, jetzt. Wieso sprintet der nicht? Ja, klar. Ich weiß nicht, was er da macht. Oh, nein. Nein, die alte ist auch hier unten. Was weh' die nur von mir? Okay. Es war vielleicht nicht die alte, aber wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Ich weiß nicht, wohin. Ich will da zum Licht. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Immer wenn die zu lange in der Nähe sind, dann kriegt er irgendwie solche komischen Anfälle und dann bewegt er sich auch viel langsamer. Von einem Wasser ins nächste. Ich hasse dich, Junge. Oh, mein Gott. Die Batterie ist auch schon wieder leer und wir finden einfach keine mehr. Wann ist dieses Spiel zu Ende? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ähm. Er geht die Leiter nicht hoch. Wahrscheinlich, weil ich es von der falschen Seite mache. Hier wäre es wirklich schlimm, wenn die Batterie leer gehen würde. Jetzt aber vorsichtig. Wir sind schon ein paar Mal bei solchen Dingern runtergefallen. Okay. Äh. Hier lang vielleicht? Nein. Oh, das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Liegt da eine Batterie? Oder so? Also, da hinten geht es auch noch irgendwo hin. Ich gucke mal ganz kurz. Batterie haben wir nur noch einer. Ja, wir finden Lynn. Ich gehe jetzt erst mal hier lang. Bah. Da. Ich gehe jetzt weiter.